My dream is to spend my life doing my... Da war doch noch was. Ich brauch ein Bücherregal. Aber bis ich ein Bücher... Bücherregal. Bücher. Bücherregal. Schaffe. Ah, okay. Ah, nein. Ich hab die ganze Schadensverbraucht. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall noch was. Ich glaube... Wenn's mich nicht täuscht... Waren das... Wird mich ja keiner dafür umbringen, dass ich hier zufällig Gras abbaue, oder? Ich mein Gras, hallo? Vielleicht sollte ich aber auch das Gras in meinem... ...Bundstück abbauen. Ist nur ein Versuch jetzt mit den Seeds, ob ich vielleicht, äh... ...das Zeug hier brauche. Ich weiß nicht, wie es heißt gerade. Gucken wir mal. Herb? Nein, brauch ich nicht. Brauch ich vielleicht Eisen? Nein, Eisen brauch ich auch nicht. Brauch ich Holz? Äh, Moment. Holz? Verdammt. Kein Holz mehr hier. Außerdem bin ich einfach hungern. Och, nee. Ich hab auch keine Ahnung, was ich da wirklich baue. Für den Mist. Aber auf jeden Fall... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da vorne hat jemand schon... Oh. Befestigt jemand auch mit dem... ...Zeug. Oh. Lol? Lol? Ich mein, bei allem, was ich schon in meinem Garten gefunden hab. Truhen waren da noch nie bei. Egal, also... ...freut mich, aber... Lol! Äh, ja, Holz brauchte ich. Ich brauch auch langsam was zu essen hier. Äh, ja. Da das Ganze eh ein Langzeitprojekt wird, kann sein, dass ich mich hier manchmal... ...bischen damit aufhalte. Neue Rezepte rauszufinden. Äh, lululup. Holz. Das war hier. Hä? Muss ich... Ja. Ne. Aber naja, ich muss mal schauen. Vielleicht kann ich ja das Sir Awesome LP... ...winken wie ihn mal. Hallo. Ich weiß doch nicht, was du gerade sagst, aber... ...danker. Äh. Danke. Seltsamerweise hab ich genau jetzt Essen gebraucht. Du wirst bestimmt gerade einen Lapp lachen, wenn du das hier siehst. Ich sagte eben in der Folge hier, dass ich Essen brauch. Joa, hab schon bissl gefarmt. Ähm. Guck ich, wenn ich das Zeug... ...kann man... ...nein. So awesome, ey. Nein, kann man nicht. Ähm. Holz. Ich brauch Holz. Ich brauch normales Holz. Ach, also. So awesome. Also wirklich. Komm her. Ich muss Holz sammeln. Für das Rezept da. Reuab dem eben. Dem eben, ja. Das Reuab. Dann laufen wir nach da hinten. Hacken den Baum da ab. Ich weiß nicht, ob das genau 150 Meter von Sporn weg sind. Lass zusammen aufnehmen. Nimm schon auf. Ich. Tun. Ich versuch noch produktiv. zu sein, bevor ich mit anderen was mache. So. Ja, das ist Casey. Äh. Sir Awesome LP. Also, wenn er so schreibt, wisst ihr, dass es ihm gut geht. Und dass er normal ist. Sollte er mal irgendwie was Nettes schreiben, dann solltet ihr euch drüber nachdenken, ob... Oh nein. Kann er doch nicht machen. Huch. Komm. Gib mir that armor. Keine Ahnung, wofür diese Locks sind. Mir scheißegal. Hab sie jetzt weggefeuert. Und gut ist. Nimm mir da Bäumschel da drüben mit. Einus, Zweus, Dreus, Vierus, Vierus, Fimbus. So, dann zerprügeln wir hier. Das Ding ist vollkommen aufgeladen. Und wenn ihr mit 50 wisst, das ist gut. Dann wird gerade schon wieder der nächste erschossen. Ich brauche nur ein Zäppling. Ich brauche nur ein Zäppling. Ich brauch nur ein Zappling. Kommt schon. Danke. Hab ich den noch mitgenommen? Ja, hab ich. Statt... Ola Zombey. Ola Creeper. Pock. Ola Zombey. Nein, nix über... Und dann, wenn wir da zurück sind, beenden wir die Folge an dieser Stelle auch schon wieder. Wie ich hier es eigentlich andauernd mache, das ist in letzter Zeit. Ja, ich hab schon so viel aufgenommen, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann auf jeden Fall... Bis zur nächsten Folge. Ich hab da zwei Angry Zombies in meinem Garten stehen. Und das ist... Fuck. Oh. Oh, ich bin noch nicht gestorben in diesem Let's Play. Und das wird auch gut so bleiben. Wo wir grad nämlich dabei sind. Fuck. Nein. Du hässliche Spinne. Es ist wirklich unglaublich. Was fällt überhaupt ein? Hier bei mir im Garten zu sein. Ich werd jetzt noch mal ganz kurz so machen. Das rausnehmen. Das rausnehmen. Und mir jetzt hier ein paar Fackeln createn. Damit mir hier nicht zu viele... ...die Party versauen. Bleibst du bitte draußen. Also ganz ehrlich. Ja, hallo. Das muss ich da jetzt backbauen, Alter. Sonst kommen mir die ganzen Viecher immer wieder rüber. So. Auf jeden Fall beende ich die Folge hier. Winke, winke.